Musik Wir sind hier auf dem Marktplatz unserer schönen Stadt. Wir sehen hier vor uns den berühmten Feinger Dreiklang. Hier das Rathaus, das heißt die bürgerliche Hoheit, dann die kirchliche Hoheit und oben in Form des Schlosses die weltliche oder die Landeshoheit über unserer Stadt. Der Marktplatz als solches war Hauptdurchgangsstraße bis 1990. Dann wurde die Fußgängerzone hier an der Stelle gebaut. Der Marktplatzbrunnen, der gehört einfach zu unserer Stadt. Er wurde 1947 an dieser Stelle gebaut. Die Planung und auch die Brunnenfigur wurden von Professor Gräfenis geschaffen.